We are back in action mit Tales of Beans. Hashtag Tales of Beans, weiter geht's. Wir haben in der Werbepause mal einen neuen Anime-Charakter geschaffen. Ich bin der One Crunch Man. One Crunch Man, finde ich klasse. Ich mache einen Crunch, einen Burpee und ich esse Captain Crunch Cereal. Ein Gino Plus Intro folgt mit dem One Crunch Man. Ich habe neue Items gefunden, aber ich glaube, die sind alle für Leute. Mit Ausnahme von Realty, die wir nicht unbedingt dabei haben. Die sind sehr passiv hier gerade, die Gegner. Das ist weird, das ist komisch. So, da hatten wir es auch aufgemacht. Jetzt nur noch die große Weile da unten. Genau, und da unten, ging es da unten irgendwie noch weiter? Weil da war ja ein Save. Ah, okay. Haben wir uns nicht ganz daran vorbeigemogelt. Thunderblade. 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 Regal, zeigt doch auch mal, dass du denkst, wie es sonst verdient hast. Wie schön, dass es abgeht hier. Fierce Demon Fang. Thunderblade, mega betrieb. Und dann gehen wir hoch und da müsste eigentlich der Button sein, oder? Ja. Ich wollte eigentlich nochmal nach dem Safe-Ding in Style gucken, weil ich ein bisschen Angst Aber da oben kommt noch nichts raus. Ja, weil ich bin nachdem wir das letzte Mal eine halbe Stunde wiederholen müssen. Hast du denn noch einen Stein? Wir checken uns einfach mal, wir gehen da einfach mal hin und gut ist, wenn nicht. Und dann nicht. Aber fühle ich mich vielleicht ein bisschen sicherer. Warum hat der denn so viel Zauber, der Regal? Was ist denn hier los? Hahaha, lacht er. So. Jetzt laufen wir in jedem Gegner rein. Ach ne, da war der. Da war's, ne? Oh. Oh, cool. Haha. Okay. Ah, dann geht's, okay, dann machen wir die andere Tür auch gleich auf. Donner-Axt. Donner-Axt. Die ist natürlich für Preser. Dann merken wir, dass das hier, wir machen erstmal oben auf, weil hier hab ich dann das Gefühl, dass da es richtig weiter geht, ne? Ja, das da. Oh, schade echt. Obwohl? Mhm. Dann checken wir mal. Oh, scheiße. Shit. Oh, fuck it. Oh, man! Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann müssen wir den ganzen Scheiß auch mal machen. Okay. Okay. Wir haben keine Reign dabei. Das heißt, wir müssen mega viele Items benutzen. Okay, das machen wir auch. Wie dumm. Wie fettet der unten, hätte uns geheilt oder so, das Ding. Meinst du, wenn wir da reingegangen wären? Könnt ich mir das schon vorstellen. Ja, genau. Denen ist es egal, ob die ganze Welt zerstört wird. Ja. Ich hoffe, dass es nur ein Gegner jetzt ist und dass nicht 20 von denen dazukommen. Die kommen nicht so drei Kleinen. Ach nee, ist falsch. Das hatten wir, glaub ich, schon mit den drei Kleinen. Lord Yggdrasil, ja. Aber Kratos, wieso machst du mit? Weil der wahrscheinlich nicht ganz mit dem... Ja, ja. Wer bist du denn? Ach, ich dachte, die kennen Kratos alle. Okay, so. Okay. Auch so ein frisches Viech. Ja. Den wir mal nicht. Mit seinen... Oh. Oh, nee. Lass erst mal komplett alle Items. Oh, nee. Das Viechte saubert. Machtstübe. Beide. Oh, Mann. Okay, warte mal. Lass uns mal kurz gucken. Haben wir eigentlich so ein Party-Heil-Ding? Geschenkte Geister, maximale TP des gesamten Teams. 30. Okay. Lass uns... Wen wollen wir zuerst angreifen? Den, oder? Ich weiß nicht. Lass uns... Die alten... Die kleinen Viecher. Genau, die kleinen Viecher. Also, nee, dann lass uns ihn, glaube ich, ne? Ja? Ja, weil die kleinen... Aber die haben wahrscheinlich nur 5.000 oder so. Oh. Ich würde auf jeden Fall Dings... Ah, ja. Ähm... Genau. Ähm... Ananas... Citrus-Gel. Citrus-Gel. Achso. Achja. Ja. Nicht ihn. Nicht ihn! Mann! Oh... Oh... Wie ist das schon? Oh... Ey, ich würde lieber den... Penner hier... Ich kann den ja auch oben gar nicht angreifen. Ja, ja. Lass uns. Dann... Machen wir ihn. Gut. Eiiiiter... Oh... Was ist denn das? Ich... Ähm... Scheiße, scheiße, scheiße. So, ich heil dich. Okay. Okay. Das eine habe ich weggezimmert. Oh, nein. Oh, oh. Oh, fuck. Ohne den Guinness. Ja, egal. So. Dann kümmer du dich um das Ding da oben. Okay, das... Irgendwie greife ich den selber. Soll ich dir geben oder erst sterben lassen? Ey... Lass mich erst mal sterben. Nimm du erst mal. Für dich. Für dich. Ja. Fuck. Okay. Okay. Okay, ja. Ich kann ihn für mich auch nehmen. Alright. Natürlich nicht. Ja. Lass Regal. Ja. Er zaubert so viel. Das ist doch kackig. Er zaubert wahrscheinlich First Aid die ganze Zeit. Was vielleicht nicht so cool ist für uns. Ja. Ja. So lass mich erst mal... Er soll richtig angreifen vorne. Oh, andere. Freunde. Okay. Okay. Warte mal. Das andere weg. Nee. Oh shit. Oh nein. Ich hab doch. Ich hab doch. Ich block nur noch. Ja. Genau. Gib das gleich auch nochmal Heil-Items. Warte mal. Nein, nein. Der Riegel macht das. Oh. Diese Tablette. Achja. Greif. Genau. Der müsste doch gleich weg sein, oder? Es kann doch nicht sein, dass der... Okay, es ist weg. Nice. Ich gib Genis. Ich gib Genis, ja. Okay, mach du. Gib Genis. Okay, jetzt geht's los, Alter. Oh fuck. Locken. Oh shit. Okay, wir haben nur so ne... Alter, was der fehlt. Komm, Genis. Sauber. Okay, ähm. Nice. Ja, komm. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Riegel muss angreifen. Boah ey. Ähm. Oh, Seus. Ja, gut. Das war eine schwere Geburt. Wirklich. Auf das Great gucken wir gar nicht. Ja, genau. Jetzt höre ich ja ein bisschen Zucker sehen vom Chat. Oh Mann, ey. Ey, wir haben es geschafft. Gut, gut, auch wenn wir viel Eidens. Alter, puh. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dass wir uns auch nicht vorher geheilt haben. Ja, ja, ja. Da haben wir alle unsere Energietabletten, obwohl es hoffentlich das letzte Mal sein, dass wir zumindest nicht so viele auf Rain verzichten müssen für unsere Heilung. Weil das selbst zu übernehmen, das ist ein Wahnsinn. Immerhin habe ich uns jetzt ein Sandwich gemacht. Ja, das ist gut. Das ist doch nice, oder? Fortschieß. Guck mal, ja, schau es dir an. Das ist ein Kochtopf. Was ist das? Reistopf, oder? Reistopf? Zucker, Zucker ist das. Ah, ein bisschen Zucker für uns. Nice. Ja, klar, weil ich Zucker gesagt habe. Es gibt für alles wohl dann die Emoticons. Nicht das Salz da reinpacken. Schön nur Zucker, bitte. Also, Fortschießt, das haben wir kaputtgeschlagen. Es ist unmöglich, aber jetzt fällt er da runter und stirbt hoffentlich. Das hast du auch verdient mit deiner Hand. Du dummer Fortschießt. Genau, genau, lass das mich mal machen. Das ist ein komisches Gespräch an dieser Stelle. Ja, das ist ein heftiger Heimnis zu der Kados. Was ist das? Dann geht es auch noch irgendwo in Valhalla mit seinem neuen Sohn. Ich glaube nicht. Okay, dann haben wir das jetzt. Geht es da hinten irgendwie weiter? Oder da? Ja, ich check mal. Ne. Wahrscheinlich zurück, oder? Zu den anderen? Ja, also, jetzt müssen wir wohl die andere Seite runter. Ich hoffe. Ist alles aus jetzt, ne? Ja, klar. Alle Gegner weg auch? Natürlich nicht. Ich flüchte. Ist egal. Okay. Und noch einen mit. Nein, okay. Ja. 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 Von wo haben wir gestartet eigentlich? Von da. Also, ich... Wird einmal... Da gab es ja den Regenerator. Willst du nicht hier runter? Ich gehe... Vielleicht ist es ja einer. Ja, weißt du? Achst du meinst, oder? Ja, das ist ja einer. Das sah für mich eher so aus wie ein Aufzug. Aber gut, ja, okay. Dann, anstatt ganz zurück zu gehen... Glauben auch. Das war zumindest cool. Alter. Aggressiv wie gar nichts. Oder? Naja, gut. Achso, oder? Okay. Solange man hier durchschauen kann. Unschlapp. Oder wollen wir uns mal heilen mit den Items, die wir haben? Ja, ja. Mit Apfelgels. So, setzen wir erstmal... ...dessen laufen hier. Ah, Genis, wo bleibst du denn? Der folgt uns schon, aber... War nicht so schnell wie sonst. ...bisschen lame. Himmelschweres, ja. Guck mal, die Sachen hätten wir alle für den Bosskampf haben können. Äh... Himmelschweres klingt auch nur... Ausrüsten. Vielleicht für Zealous. Ja, ist für Zealous wahrscheinlich. Ja. Kann ich mir den mal angucken? Safran, mach den Kuchengel. Äh... Ja, ist ein Safran. So. Äh... Was hatten wir nochmal gekriegt? Himmelschwert. Ein unzerstörbares Schwert aus einer seltsamen, unsichtbaren Substanz. Klingt gut. Achso. Du könntest es ausrüsten, aber ist nicht ganz so gut für dich. Aber es kann sein, dass Gratus vielleicht dieselben Sachen wie, ähm... ...Zellos nimmt. Lass mal... Achso, ja, ja, ein, ähm, Items. Oh, ich krieg noch ein bisschen Orang. Orange. Ich finde es so... Ach, okay, das ist... Oh, da sind wir jetzt wieder. Alles klar. Ah, gut, dass wir uns gerade geheilt haben. Das ist so ein Kack, ey. Es ist verdummt manchmal. Es ist so ein Kack. Ja, gucken wir mal, das wieder nachholen. Sehr gut. Das ganze Geld. Verschwendet. Geld. Wasser des Lebens. Das ist doch kacki. Ähm, das heißt aber... Wieder links. Ja, wir müssen einfach wieder raus, weil wir haben ja jetzt... Ja, wir haben ja alles gemacht. Wir haben ja die Malerkanone abgeschaltet. Sonnen-Chakram, das ist für, ähm, hier, äh, ne, für Colette. Ach ja. Das Chakram ist ja hier. Weißt du, Xena. Ja, stimmt. Die runden Wurfringe sind das Chakram. Korleonis. Korleonis. Das hört sich auch an wie ein Schwert. Don Korleone. Nuramasa. Okay, wo habe ich das denn her? Ja, woherst du das denn her? Korleonis. Übersetzt Löwenherz. Ein... Ein Schwert, das so scharf ist, dass Feinde den Stich nicht einmal spüren. Alter. Dann bringt das auch nichts. Wenn die das nicht spüren. Aquaschinen, Mithrischinen. Der und seine... Gibt es da eine florierende, ähm, Industrie für Beinschinen? Für Schienen anscheinend, ne? Aus China. So, auch wenn wir es schon mal hatten. Let's get out of here. Endlich. Ah, ah, ah. Ah, sehr gut. Also, wer weiß, wenn du da rausgehst, ob wir jetzt zwölf Bosskämpfe sind. Zwölf, wenn du da rausgehst, ohne heilen. Aber, das heißt, wir hätten... Also, wir spielen wohl nicht mal den Part, wie die flüchten mit den anderen da raus. Wir hätten also locker Rain mitnehmen können. Mitnehmen können, ja. Aber, aber, was für Sinn hätte es dann ergeben, dass wir die Party überhaupt aufgespielt haben? Ja, wirklich. Wenn man die jetzt nicht noch... Also, nur damit das storytechnisch dann so einherkommt, dass, äh... Weil Schokolade nicht mit, mit Leuten mitkämpfen will, weil er ja ihre Grossmutter auf dem Gewissen hat. Gross. Die Grossmutter. Diese ist echt gross. Gewissen haben, halt. Grossmama. Da sind wir wieder. Da sind wir. Da haben wir auf euch gewartet. Ein Glück, dass ihr keine Heilung brauchtet während deines Bosskampfs. Oh, was macht er denn schon wieder? Wer opfert sich jetzt? Gar keiner. Okay. Sag mal, da hat er also keine Hand, sondern es ist so ein Laserding. Ich dachte, seine Hand ist einfach umschlossen von irgendetwas. Ach so, ja. Ja. Vielleicht hält er da wohl fest. Ah, er kann es vielleicht hält, er ist tatsächlich, ja, ja. Oh nein, wir haben Lloyd getötet. Ihr Schweine. Ach komm, die Designs sind so vorbei. Sag mal, Cam. Wer bist du? Bist du etwa mein Boss? Einer von den Cruises? Oh, Coletti. Ah, Colette opfert sich jetzt. Also, oder springt die Linie, damit er am Schokolade sehen kann. Auch wir sind gute Menschen. Wir haben zwar deine Großmutter umgebracht, aber es war ja... Aber wir sind trotzdem cool. Haluken! Uha. Er hat nicht mal gespürt, dass das durch ihn durchgegangen ist. Stimmt. Weil die so scharf sind. Okay, er hat so sehr wenig gespürt, dass er sich aufgelöst hat gerade. Oh. Schaut mich nicht an, ich werde ein Schuppenwesen. Eine Mermaid. Was ist denn mit Colette los? Was ist denn los? Sie wird zu einem... Ach, guck mal. Oh. Jetzt geht's aber... Alter. Silverin ist richtig am Arsch hier. Jetzt kommt die Mana-Kanone. Aber wir wollen doch eigentlich... Die soll doch eher abschalten, dass sie nicht mehr Mana ballert. Oder nicht? Wir wollen doch das Mana auf den Baum ballern. Okay, genau. Das Gegenteil von dem, was ich dachte. Ich dachte, wir schießen eh schon irgendwie Mana da drauf. Und dadurch wächst der Baum. Wir sollten den Strom unterbrechen. Der Licht durch die Kanone schießt mir drauf, oder? Okay. Ich hätte gedacht, dass die vielleicht mit China unterwegs sind. Dann hätte es das auch noch Sinn ergeben, wenn wir die Party splitten. Aber jetzt die alleine. Und jetzt kommen die ganzen Tethialis, die Summons. Ach, guck mal. Jetzt hier so wie Power Rangers gerade. Hier bei Sordon. Und hier Alpha 5. Hi, all bye, bye, bye. Da ist... Hallo, ich bin der dicke Klops. Apropos Dicker Klops, hier, Walter White soll ja Sordon spielen. Also die Stimme da. Oder meinst du auch seinen Kopf im Wasserglas? Sein Kopf so ein bisschen, ne? Ein animierter Kopf. Ja, hoffentlich. Wenn, dann soll es wieder so werden. Ich habe diese Kostüme gesehen und die waren echt scheiße. Ja, die hast du noch nicht gesehen. Ich weiß, die alten waren einfach nur Spandex-Anzüge. Da muss man vielleicht ein bisschen was mehr heutzutage machen. Aber das sähe mehr aus, als ob die irgendeinen Motocross-Laden gegangen sind und drüber gefärbt haben. Oh, jetzt geht's los. Feuermann und Kenne. Okay, hier, erstmal eine Perspektive für dich. Und meine Buchs fallen raus. Sehr perfekt. Deine Buchperspektive. Show the Ukin. Ab geht's. Ich glaube, das war der Moment, wo man sich so fixen muss. Ja. Irgendwie da. Irgendwie, weil jetzt muss viele Sequenzen. Das geht alles. Marnakadone. Yeah. Auf den Baum. Guck mal, ich hab hier mein Haus gebaut. Oh. Ja, wirklich. Und es ist um die, mit der Weltkrümmung auch noch. Schau dir das an. Schier. Alter, der Baum, guck mal, wie eklig und alles. Oh nein, Mattel. Mattel. Direkt draufgezimmert. Und der Baum löst sich auf? Er löst sich auf, aber es ist cool, dass er sich auflösen kann. Was? Er hat sich aufgelöst. Das war irgendwie leichter als gedacht. Er hat sich, ja. Durchgespielt, Leute. Das ist so schön. Johann denkt sich nichts. Hä? Mithos ist aufgeworfen. Ich war gerade krank. Habt ihr ein Heilmittel gefunden für 30 Tonnen Stahl, die auf einen rauffallen? Oh nein, Mithos. Er spürt eine Schwankung in der Kraft. Martel, I would assume. The out of control Great Seed is Martel herself. I wonder. The Great Seed is once again bound in the Holy Ghost. Ist das, ja. Ist das das Handy von Tessala? Das ist der Google-Deck, glaube ich, ey. Ein Eichertöne. Oder das ist die wahre Form von Juhn. Von Juhn? Er ist eigentlich ein Telefon. Er ist ein Roboter. Okay, und jetzt tritt er da einmal drauf. Zack. Nein. Also, wir haben den Baum zerstört, aber der Kern ist intakt. Mhm. Was heißt das? Das heißt ja gerne wieder Erwachsenen. Jetzt ist Discwechsel. Colette, es sieht aus, als ob die Dinge zerstört haben. Es ist gross, nicht wahr? Ach, auch wenn du mein Schuppen-Vibe wirst, Colette. Du kannst dir ja eine dicke Jacke anziehen meist. Das macht hier nichts. Genau. Schau, ich habe da auch Schuppen. Guck mal, ich habe hier auch Schuppen. Ja, aber in der Hose. Schau mich nicht an. Oh nein. Jetzt ist sie umgefallen vor Scham. Ja, wir nehmen Colette wieder zurück zum Dorf. Und während Rain gerade ihre Hip-Hop-Performance da abliefert. Doch was dann passiert, werdet ihr nicht glauben. Ja. Wenn ihr es glauben wolltet, geht kurz in euch. Wir gehen in die Werbung und sind gleich in einem Momentchen wieder da. Tate of Fiends. Tschüssi. Autsch, es ist da gleich. Echt?